Musik Es freut mich, dass ich Sie und Euch alle hier heute begrüßen darf zur Eröffnung des akademischen Jahres 2012-13, das wir, wie Sie wissen, auch verbinden möchten mit der 5-Jahres-Feier der Technischen Fakultät hier in Klagenfurt. Musik Es ist ein unbeschreiblich tolles Gefühl, es ist wunderschön und ich bin Euch immer total überwältigt. Und man sieht einfach, dass ich die ganzen Anstrengungen in den letzten zwei Semestern, die wirklich sehr anstrengend waren, also sehr intensiv, arbeitsintensiv fand, dass ich das alles ausgezahlt habe. Ich finde die Veranstaltung sehr interessant, man erfährt auch sehr viel Hintergrundinformation zur DEWI, sehr viele Sachen, die ich gar nicht gewusst habe, wie es ja entstanden ist. Und ich möchte der DEWI auf diesem Wege sozusagen auch alles Gute zum 5-Jahres-Bestehen übermitteln. Ja, wir haben ja heute den Beginn des Semesters gemeinsam gefeiert. Und gleichzeitig hatten wir die Möglichkeit, den 5. Geburtstag der Technischen Fakultät zu feiern. Ein Kind oder ein Baby, das Martin Hitz großgezogen hat, das jetzt erwachsen geworden ist. Erwachsen, aber mit vielen Zielen, die wir anpacken wollen. Aber jetzt möchte ich das Wort an den Gründungsdekan übergeben, der ja eigentlich Schuld daran ist, dass es uns gibt und dass es uns hier so gut geht. Vielen Dank, lieber Mario. Für mich war das im Prinzip ein knapp über 5-jähriges Projekt, das eines der erfolgreichsten meiner persönlichen Projekte ist. Wobei ich den Erfolg nicht mir zuschreibe, sondern höchstens in minimalen Teilen, weil ich halt initiativ geworden bin. Sondern dem tollen Team, das durch die ganze TEWI dargestellt wird. Also, wenn man weiß, wie eine Universität funktioniert, weiß man auch, dass man als Dekan eigentlich nichts anschaffen kann, sondern nur Bitten äußern kann. Und in dem Maß, wie meine Bitten immer wieder erhört wurden und zu welchem Erfolg das geführt hat, bin ich total begeistert und erlebe den heutigen Tag als einen kleinen Höhepunkt meiner beruflichen Karriere. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020